Hallo, ich habe eine Frage an die Verschwörungstheoretiker. Und zwar, also warum sollen die Geheimgesellschaften überall Zeichen hinterlassen? Ich verstehe den Grund nicht. Ja, ihr findet diese Zeichen ja überall, aber warum sollten die Verschwörer das tun? Weil es gibt doch eigentlich keinen Grund, wenn sie geheim bleiben wollen, dass sie überall Zeichen hinterlassen.